... So, Entschuldigung, es dauert immer ein bisschen, bis der Klang stimmt für euch draußen. und auch fürs Radio, damit es auch bei der Sendung im Bayerischen Rundfunk gut rüberkommt. Kuba war am 24. Nürnberger Baden-Treffen als nächstes, eine der besten Songgruppen Kubas. Die Gruppe gibt es seit 1927, natürlich liebt niemand mehr von diesen Gründungsmitgliedern, liebt auch nicht mehr, aber es ist immer unerneuert worden, immer weitergegeben worden, von Generation zu Generation. Für Sie, für euch, das ist der Petto Nacional Ignacio Piñero. Ja, 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 ja. 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 Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020